Im Moment geht ja die 16-8-Diät um. Die Idee, einfach nur innerhalb von 8 Stunden essen und dann 16 Stunden Pause machen. Aber wirkt das wirklich? Oder ist das alles nur Einbildung? Ein Forschungsteam von der University of Surrey ist der These jetzt nachgegangen und hat sie überprüft. Allerdings gibt es einen Haken Clixoom Science & Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal nur dann und nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! In einer zehnwöchigen Studie untersuchte das Forschungsteam, wie sich die Änderung der Essenszeiten auf das Gewicht und andere gesundheitliche Faktoren auswirkt. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Diejenigen, die das Frühstück um 90 Minuten verzögern und 90 Minuten früher zu Abend essen sollten. Und diejenigen, die wie gewöhnlich Mahlzeiten aßen als Kontrollgruppe. Im Gegensatz zu früheren Studien musste sich niemand an eine strenge Diät halten und alle konnten frei essen, was sie wollten, nur nicht wann sie wollten. Obwohl es keine Einschränkungen gab, stellte das Forschungsteam fest, dass diejenigen, die ihre Essenszeiten änderten, insgesamt weniger zu sich nahmen als die Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis wurde durch Antworten auf einen Fragebogen gestützt. Fast 57 Prozent der Befragten bestätigte, dass sie weniger aßen. Gründe? Verminderter Appetit und generell weniger Essgelegenheiten. Und tatsächlich ist der Effekt der geänderten Esszeiten frappierend. Das Forschungsteam fand heraus, dass diejenigen, die ihre Essenszeiten änderten, im Durchschnitt mehr als doppelt so viel Körperfett verloren als diejenigen in der Kontrollgruppe, die zu den üblichen Zeiten aßen. Wenn diese Pilotdaten in größeren Studien wiederholt werden können, so das Forschungsteam, besteht die Möglichkeit, dass die zeitbeschränkte Nahrungsaufnahme einen breiten Nutzen sogar insgesamt für die Gesundheit hatte. Wow! Studienleiter Dr. Jonathan Johnson dazu. Obwohl diese Studie klein ist, hat sie uns wertvolle Einblicke gegeben, wie geringfügige Änderungen unserer Essenszeiten unseren Körper beeinflussen können. Die Verringerung des Körperfetts verringert unsere Chancen, an Fettleibigkeit und Verwandtenerkrankungen zu erkranken und ist daher für die Verbesserung der allgemeinen Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Doch es gibt einen Haken. Denn 57 Prozent der Befragten meinen, dass sie die neuen Essenszeiten nicht länger als die vorgeschriebenen 10 Wochen hätten einhalten können. Ihr Argument, die geänderten Essenszeiten seien nicht mit dem Familien- und Sozialleben vereinbar. 43 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen würden jedoch in Erwägung ziehen, mit flexibleren Essenszeiten fortzufahren. Dazu Johnston. Wie wir bei diesen Teilnehmern gesehen haben, ist es jedoch schwierig, Fastendiäten zu befolgen, die möglicherweise nicht immer mit dem Familien- und Sozialleben vereinbar sind. Wir müssen daher sicherstellen, dass sie flexibel und förderlich für das wirkliche Leben sind, da die potentiellen Vorteile solcher Diäten offensichtlich sind. Es scheint hier also wirklich ein Weg gefunden worden zu sein, mit einem ganz einfachen Trick gesünder leben zu können. Allerdings gibt es noch etwas, was so richtig gesund ist. Abnehmen und Muskel aufbauen unbedingt. Hier draufklicken, das aktuelle Video von ByteThings. Nach etwas mehr als einem Jahr gibt es wieder Videos von Finn, also unbedingt abonnieren und ansonsten bis dann, bleibt dran!